Aber das hat euch einfach Bock gemacht und das haben wir noch Serbs für mich gut Dafür, dass ich eben nur noch 3 Serbs oder so gehabt habe und jetzt wieder 86 habe Ihr müsst drücken Ich drück schon Aber das ist ein scheiß Brawler, der den Gang zumacht Und der Brennt und der ist down Und der ist down von mir Alter, dich frisch, aber du bist Hab' wir auf 1.900 Hab' wir auf 1.900 Hab' wir auf 1.900 Ja, ich hab' irgendwie schon 5 Sando irgendwie gekillt und Ich hab' immer so den letzten Schuss gemacht Du musst'n nicht mehr können, du musst'n immer den letzten Schuss setzen, das reicht schon Dann was geht, Alter Okay, der brennt Ja, mein Kill Ah, diesmal ist er meiner, jetzt wollte ich mir schon wieder irgendjemand klauen mit ner Felge Das war meiner da oben, die leichte Nee, nee, ich hab' hier nicht die Leichte gehabt Ich hab' hier nen Panzer ausgeschaltet mit Insassel Nö, das ist mir egal Die sind mir zu stark gepanzert Ka-ching Oh fuck, da kommt schon wieder ein Light Oh, Lock-On Zurücksetzte, geil, Raffly stand hinter mir Warum steht Raffly hinter mir? Oh, Raffly ist auch da Und wieder Lightning Kill Sorry, sorry So, jetzt muss ich gucken, dass es reicht, zwischen die Steine zu kommen Oh nein, die sind außerhalb des Spielfeldes Oh, 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 oh Weg hinter mir, weg hinter mir Weg hinter mir Jetzt fährt der mir wieder von hinten rein Der Typ ist mir jetzt schon von hinten rein gefahren Der Typ ist mir jetzt schon von hinten rein gefahren Schlecht Egel Boah, hier Max, ich treff' Alter, doch, ich treff's Ums Verrecken musst du doch dazu sagen Der hat jetzt fünf Schuss gekriegt und lebt immer noch Und einer von immer Ja, das ist dann nur Man hätte er Oh, hintermessen hab' Danke, wer mich auch immer gerettet hat Nö Ah, da hinten ist Da ist Sandy Ah, ich hab den Sandy Yes, yes Über die halbe Web Oh, war das für ein Lackschot Einfach nur so aus der Drehung abgedrückt, weil ich gesehen habe, er brennt, ich wollte den Killer, aber ich hab aber noch getroffen Ich treffe ihn nix Ah Scheiße Gib mir Deckung, gib mir Deckung, da Der, äh, schieß rechts, ähm, schieß hierhin Da, wo da einer von uns steht, das ist einer von, ein Spion, der Andreas F Links davon Weiß nicht, wo dieser Spion ist Ah, er ist da und er liegt da Dann haben sie weggemacht, gut Der hat mich nämlich anbisiert, er hat mich gesehen, dass ich da bin Und Da kann ich jetzt wieder weiter weiter Davon ist noch ein, äh, hier ist noch ein, äh, Sandy Sehst du ihn? Zwischen den Bäumen Du erfliert, man hat mich Ja, ich muss erst mal leben, Jogi Die sagt doch nur, dass da zwischen den Bäumen noch ein Sandy steht Dann könnte man entsorgen Zwischen den Bäumen, ja, ich seh' Oh, wer hat jetzt fast in den Schuss gehüpft, ne? Ich? Sandy brennt Sandy dauernd Und wieder Kills mit drin Der nächste Sandy ist auch weg Der nächste Sandy da und Der noch hier schon wieder Oh, Max Da steht noch ne Max Und Äh Ja, und da vorne sind auch noch ein paar Dings und so Da tagt die Max Ich hab's markiert, genau Ich hab's hier ein Hit Ich hab's hier ein Hit Ja, ich mach da auch ne Wechsel Ich mach Hit, Hit Bei dir ist ein Leibnig, ne? Ich hab' ihn Jo, ich hab' ihn Idiot Wer den Panzer brechen, den Rücken zudrehen ist lebensmüde Ja, ist Max oder alles Infantrier Egal, eigentlich Er ist Leibnig Das alles Wer ihm den Rücken zudreht ist lebensmüde Sandy links Selbst ein Drawler, der mir den Rücken zudreht ist schneller tot als er mich tötet What the fuck? Ja, da waren eben Panzerminen gelegen noch Warum sagst du sowas nicht? Ja, du hast die gesehen, die waren schon ewig da gelegen Die waren aber nicht markiert Achso, bei mir waren die Achso, da war ich eben mit dem Leichte, da hab ich das Implantat drauf Achso Ja, ist du Du wirst jetzt Du wirst jetzt genug Punkte gemacht haben Ich bin endlich wieder auf der 1er KD Ich auch, 1,05 sogar Aber jetzt reicht's nicht mehr für den Ach, ich hab grad eben die Punkte für den Leibnig bekommen Glück ja absolut Sonst hätte ich jetzt kommen müssen und dich töten So lange bis ich wieder genug Punkte hab Nun kriegst du keine Punkte, wenn du mich tötest Ja doch, die krieg ich immer Auch wenn die geht jetzt zu Wenn du mir nicht ne Beschäftigung gehabt, müsst ich dich dann dich erschießen, weißt du? Telefonfluch Hihihi Alter Wir sind zwar anders Und der Schluck André, der Schläfer hat mich getötet Ja sag mal Der Schläfer ist ein Arschloch Äh, hör ich's ab Boah, aah, fuck Fuck Er hat nicht zu mir, hallo Und der Öl Newton Fuck off So, noch 4 Minuten, Leute Ja hör ich mal Hol' mal ne Max Sagt da Sag da Sag da Schon wieder an der einten Ja, sie sind relativ Und der ist eines von uns und so ist das es hat sich doch noch zur richtig guten runde entwickelt eigentlich so ich habe gedacht es wird langweilig am anfang aber sehr gut und das hat auch dafür dass ich eben nur nochmals dort oder so gehabt haben jetzt wieder 86 habe ich zufrieden ja okay guter ich habe 106 gewernt und die heilige wissen müssen ist neid da was man es ja sehr gut geht schüttel wieder dieser typisch hinter mir weg hinter mir weg wir haben schon wieder hinter mir steht okay das überleben Fakt hat jeder Katrin der Tag hat er hat er schon bei mir direkt vor mir er sagt er bleibt die Kugel der Kugel Kelle 8G Kugel wo bist du nicht nur da oben aber ich war direkt am Haarweiser gestanden 40 42 42 40 oder so ich habe eine 21 21 aber ich habe halt sehr vieles ja du hast ja gute du hast ja und ich war ja die ganze zeit fahren und als fahrer positiv sein ist immer okay wie kommt man die scheiß besser wir müssen doch bei mir kämpfen war ich habe wieder ein gegeben und hat es gleich sehen es weg ja ich hab's auch gesehen jetzt was ich nicht mache jetzt mal noch meine felgen rein meine beiden wo ich habe und gehe auch ein bisschen leiden ja ja das mache ich auch jetzt weil hier hinten steht ja steckt da punkte von der anderen besser super guckt das halt das was ich letzt mal gemeint habe das ist praktischer wenn du sie dann weg lockt davon wenn du du lockst dann nicht alle wechsel und so vier die gehen zurück und wenn ich sagen kämpfen dann sind die anderen schon die frauen so festgekennen wir wollen wir können mit der linken da ist er das gewinnt hat ich das bettelt das verlehrte die frage hier und so ein bisschen und ich kann hier die garten bis jetzt ja wenn du sie nimmst erhüben auf der rechten Seite wird auf der linken Seite aber frag ich bekomme ich was in den rücken das ist ganz im kult war hat doppel fällt auf fragt das ist ganz im kurs was irgend so der assi weg also ich bräuchte vorne an der mauer hilfe ganz bisschen hilfe ganz bisschen das problem ist ich so weil wir hier auch gerade so am notstands nur ich brennen schon so zu sagen ja ich auch ja du kannst dich brennen und ich schon und ich brenne wirklich jetzt bin ich explodiert ja ich bin auch dann weil ich mich alleine gegen drei antitekt wechsel aber mit diesem letzten dreier kill streak alter schalter würde ich sagen machen wir auch hier einen cut wir haben genügt für heute 44 41 ist positiv braucht man nicht nach spielen alles schön doch muss man daheim und nicht nach spielen doch genau so ist das ja aber ich muss jetzt nicht noch spielen damit ich ja positiv hätte und deswegen würde ich jetzt auch die aufnahme dann beenden und würde es dann bis zunächst mal und ich würde sagen wenn ich noch einmal würde sagen sagen dann ist es doch wohl ja noch was sagen ja ich würde jetzt mal sagen dass ich jetzt sagen würde dass wir jetzt mal kurz wieder noch was sagen das war das wort zum sonntag bis dahin tschüss